so dieses volk 2 das ist auch bestimmt gesundheitlich schwierig das hier runter zu bekommen das hat nämlich drei nur diese geht noch so 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 das war der zweite honigraum so so der der unter der honigraum das auch leicht das wundert mich so 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 So, das schiebt. Und da liegt wieder der Wabenzieher. Und da liegt wieder der Wabenzieher. So, der Drohnenrahmen sieht gut aus. Hier sind die schön aufgekettet, bauen schön, wie es sein soll, sind fleißig. Vielleicht sehe ich hier die Königin noch. Aber die ist nicht so fleißig, scheint mir. Okay. 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 Okay.